Musik Wow, okay, ich bin meistens ein bisschen sprachlos, aber das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen gefährlich hier lebe und Oh Mann Okay, da haben wir schon wieder ein Zeppling, was auch immer welcher Ich weiß auch nicht welcher Wahrscheinlich den falschen So, ich brauche hier auf jeden Fall mehr Erde, weil ich da vorne das pflanzen möchte Und nicht nur das, sondern auch ein bisschen Erde mitnehmen möchte Ach, als Bau Bedarf Da irgendwas Komm schon Zwei Drei Fünf Zehn Siebzehn Achtzehn Hundert Siebzehn Gott So Das geht gleich weiter Aber vielleicht, das könnte ich natürlich auch machen Oh, das war schlecht, das war ganz, ganz schlecht Oh, das war sehr schlecht Da hin So, mal schauen, da haben wir Zepplings Ich könnte natürlich, ach, ich glaube, ich weiß das auch tun Genau Ich Ich Unterbreche jetzt hier einfach mal und Mach hier ein bisschen Candlelight Express und so Und würde dann sagen, wir sehen uns gleich wieder, sobald ich hier genug Material habe Ich habe auch gar nichts zu essen Das gibt es doch nicht, ey Ich habe ja wirklich nichts mehr Genau, wir sehen uns gleich wieder Und Bis dahin Ja Ich mache hier erstmal ein bisschen Material Wir haben ja gar nichts mehr hier und Wir brauchen das Material Also, wir sehen uns gleich wieder Dann, bis gleich Tschüss So Hier sind wir wieder Ich habe ein bisschen Geholzt Geholzt Hier brutzeln noch ein paar Ein paar Dinge rum Hier haben wir noch 26 neue Ich habe auch ein paar Ein paar Fackeln im Ersatz Und Ah ja, ich wollte ja noch ein bisschen Werkzeug machen Das machen wir auch mal ganz schnell Habe ich eigentlich Nein, ich habe nicht Das macht nichts Machen wir mal ganz schnell ein paar neue Und zwar auch mit Stein So Warte mal Das machen wir so Die brauchen wir ja gar nicht Nee, aber Was wir brauchen Das ist dringend Ein neues Schwert Das reicht Das reicht Okay Die tun wir weg Und Weil die brauchen wir nicht Ähm Die Axt Hm Die Axt Das ist ja nicht wirklich Ja Na Das haben wir ja gemerkt Das ist ja nicht wirklich Das ist ja eigentlich mehr Stein Als was anderes Ach Warte Warte Haha Warte Ähm Ich wollte ja was ganz Bestimmtes machen Und Das setzt voraus Okay Das lassen wir nochmal hier Als Ersatz Und die müssen wir jetzt Ups Mal mitnehmen So Dann brauchen wir Achtung Oh Äh Moment Okay Ich denke Das sollte reichen Ich baue mich ja jetzt nicht andauernd da hoch und runter Sondern wir machen das jetzt ganz easy mit ein paar Fackeln Und ich sollte vielleicht den Kravil Warte mal Hab ich den hier Hab ich den Kravil hier Oder hab ich den da hinten gelassen Ich hoffe ja nicht dass ich den in der anderen Hütte gelassen habe Das wäre schlecht Ich hab da nämlich ne Doch Aber ich hab Sand Sand geht auch Haha Na Moment halt Äh da 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 Sand geht auch Sand ist super So Ich möchte auch ganz ehrlich Irgendwo hier Eher mal so eine Art Basis einrichten Vielleicht mache ich das auch da Weil Naja Ähm Hm Die Frage ist Was passiert wenn ich das hier einrichte Fall ich runter oder Oh Das wäre nicht so prickelnd Ich würde hier nicht gerne runterfallen Komm schon Ich könnte das vielleicht Ich müsste es mal ausprobieren Ob es funktioniert Wir versuchen es mal Was passiert Wenn ich jetzt runter Falle Dann Hoppsi Ah das ist gut Das ist Das ist spitze Ich hab neun Spawnpunkts So Jetzt gehen wir hier hoch Und werden das jetzt endlich Ein für allemal hier Diese Geschichte hier klären Äh 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 Okay Äh 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 Warum So Okay Das war's schon Aha Wir brauchen hier auf jeden Fall erst mal ein bisschen Licht So Genau Genau Weil das ist hier zu dunkel Und so Hm Okay Das War ja wieder klar Okay das machen wir ganz anders Wir machen das glaube ich von Oben Na Ja Wir machen das glaube ich von oben Gut Da komme ich jetzt nicht wirklich höher Aber Ich kann Hier rüber bauen Und ich könnte auch da rüber bauen Warte mal Wieso hab ich denn jetzt hier Also wirklich So Das ist Sehr Seltsam Okay hier spawnt ja nix Ne Hier kann ja gar nix spawnen Das ist gut Okay Dann hat sich das Thema ja schon wieder erledigt Dann können wir das ja direkt zumachen Und Wo So Äh Dann ist jetzt hier raus Ah Okay Okay Ah Okay Ah Das geht hier lang Ach Darum Darum Spawnt das hier Aha Ich komme da jetzt auch nicht wirklich rüber Das ist natürlich Ich hoffe dass ich das jetzt nicht irgendwie hier Wow Wow Okay Okay Dass mich das nicht wirklich beeindruckt Oh, wow. Äh, da. Hm. Okay. Äh. Warte, warte. Warte. Warte, 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 warte. Äh, Moment. Oh, 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 seit wann können die klettern? Seit wann? Seit wann? Seit wann klettert ihr? Das da. Seit wann können die Zombies klettern? Oh. Das glaubst du nicht. Nee. 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 Das hab ich ja im Leben noch nicht gesehen. Oh. Das hab ich ja noch nicht gesehen. Komm schon. Geh kaputt. Gut, dann geh ich so kaputt. Äh. Also. Ah. Wow. Wow. Mhm. Okay. Kommt her. Beide. Fände ich super. Oh. Okay. Komm, 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 komm. Komm her. Du auch. Komm her. Ja. Ah. Ja. Komm. Ja, 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 ja. Komm her. Ich will dich jetzt holen. So. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Komm schon. Oh, wir haben's geschafft. Oh mein Gott. So. Okay. Okay. Oh, moly. Oh. Wow. Wir haben's echt geschafft. Wir sind hier durch. Oh mein Gott. Hä? Wieso ist das hier weg? Okay. So. Hier ist nix mehr. Okay. So. Dann da runter. Das wird nochmal lustig. Das muss ich mal gerade gucken. Wenn ich jetzt den da... Warte. Wenn ich jetzt den da rausnehme. Genau. Und ziehe jetzt. Zack. Zack. Da war aber noch einer irgendwo. Da war doch noch einer. Hä? War da nicht noch einer? Oh Mann. Verteuf mich. Aber... Puh. Äh. Wieso? Hä? Wieso? Äh. Das ist seltsam. Hm. Ich komm da nicht runter? Wieso komm ich da nicht runter? Das ist... mehr als seltsam. Oh mein Gott. Das geht ja noch. Ah. Da hinten ist was Blaues. Das könnte was Wichtiges sein. Ich glaube, das ist alles hier für ein... A-A-A-A-A-A-Popo. Ja. Ich glaube, wir müssen da, wo das Blaue ist, hin. Und die anderen hier, die sind einfach nur... Einfach nur... Um Angst zu machen. Jap. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis hier. Ja, deswegen glaube ich, können wir uns das hier wirklich sparen, die alle hier durchzugehen. Das bringt hier gar nichts. No? Nein, das bringt hier gar nichts. Wir kommen hier nicht weiter raus. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Dann machen wir das auch genau so. Gehen jetzt hier runter. Einmal darüber. Also, da hin. Da. Hin. Aber. Ich kann von da drüben aus. Ja. Okay, dann machen wir das. Gehen wir von da drüben aus. Gehen wir von da drüben aus. So, und jetzt machen wir folgendes. Wenn wir ja sowieso schon hier bei sind. Dann machen wir nämlich mal hier mit dem... Ah, ich hasse diesen Müll. Äh, pfff, warte. Das Problem ist, kann ich... Doch. Ich mache mir auch hier eine Kiste hin. Weil ich hier, äh... Spawne. Und deswegen packen wir mal diesen ganzen Kram auch genau da rein. Und das. Genau. Und das. So. So, und der will ja... Dass ich quasi hier... So. Könnte ich nicht, aber eigentlich... Das ist doch genau die gleiche Höhe. Ja. Das ist doch viel besser. Einfach hier rüber gehen. Weil es dieselbe Höhe ist. Das hier. Ja. Das ist dieselbe Höhe. Also. Dann gehe ich genau da hin. Genau das... ...machen wir. Wir gehen exakt da hin. Hehehe. Okay. Die Frage ist es nur... Da waren vorher welche drauf. Ah. Das ist zwar ein Half-Slap, aber da waren welche drauf. Ich weiß nicht, ob sie... Ah. Äh. Ah. Jetzt kommen sie. Glaube ich. Hui. So. Das ist jetzt mal mein letztes Ding. Wenn da nämlich jetzt wirklich nichts ist, dann... ...weiß ich, dass das hier Blödsinn ist. Okay. Dann weiß ich, dass das hier Blödsinn ist. Ja. Okay. Hehehe. Das war jetzt eine ganz lustige Geschichte. Okay. Okay. Wir müssen hier... ...das folgende... Okay. Da kommt nichts mehr. Äh. Warte. Äh. So. So. Gut. Alles klar. Jetzt lagen wir uns mal da durch. Ich vermute. Ah. Okay. Da ist er. Und eins. Äh. Licht. Und. Komm schon. Okay, vielleicht ist da noch mehr. Ui, da ist noch mal ein bisschen was. Hä? Das, das, da wird ich... Ich verstehe das nicht. Ist ja überall. Okay. Okay. Da ist noch einer. Ich habe ihn gesehen. Hier war noch einer. Okay, weg mit dir. So. Und... Da hinten ist doch garantiert auch noch was. Irgendwo. Bestimmt. Hahaha. Holy moly. Da ist, äh... Creeper-Alarm, haa... Siehst du. So. Ich glaube... Das war alles, hä? Oh Mann, halt die Goschen da unten. Hm. Hm. Ah. Okay. Oh, oh. Nein, das willst du nicht. Ah. Okay. Da ist... Hui, da sind zwei. Okay. Oh, ich hab nichts mehr. Äh. Ah, hab ich jetzt so viel Grieper? Hm? Die hören nicht auf. Das heißt, da ist noch mehr. Da muss noch mehr sein. Okay. Boah, das gibt's nicht. Holy moly. Da geht's aber richtig ab da unten. Das kann doch nur heißen, dass da noch mehr drunter ist. Ja. Da muss doch noch mehr drunter sein. Wenn die da so rum boltern. Huh? Komm schon. Komm schon. Pfff. Pfff. Okay. Oh, Mann. Komm schon. Das kann nicht sein, dass da so viele drunter sind. Da muss noch ein Spawner sein. Irgendwo. Muss hier noch ein Spawner drunter sein. Aber ich sehe keinen. No. Vielleicht hier. Okay, da ist nix. Und trotzdem ist hier so eine Action angesagt. Aber weißt du was? Dann geht doch raus. Äh, da drüben auch noch, oder was, hm? Naja, klar. Geht doch. Tschüss. Hüi, okay. 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 Äh, ich glaube... Da ist noch ein bisschen was. Das sind mir echt zu viele. Hier kann nur irgendwas nicht stimmen. Das kann so nicht sein. Das kann nicht sein. Hm. Hm. Das kann so nicht sein. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018